Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hätte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist, und sie dann zugebt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Hoch, an der Stelle, das ist der Knapppunkt. Und der Knapppunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will ein Bauernmädchen. An der Stelle würde ich mir um Bärchensnerven Sorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sensibel heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es sonst im Frauenverstehe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.